Und jetzt probieren wir es mal zusammen. Und jetzt probieren wir es mal bei den Zauberhasen. Und jetzt ist wieder ein Zauberhasen. Und jetzt ist wieder unter dem weißen Zauberhasen Mr. White unter dem schwarzen Mr. Black. Das sieht so aus, als ob du es wüsstest. Wie? Wie? Nö, die Zylinder sind immer noch weiß. Der weiße Zylinder ist immer noch weiß. Und der schwarze ist immer noch schwarz. Und jetzt? Umdrehen! Warum? Warum sollst du den Hund drehen? Aber was soll der denn schon sein? Seht ihr das doch von hinten? Dann wird den Hund auf jeden Fall schlecht. So. Aber was soll dann sein? Warum? Warum? Weil sie etwa, dass der schwarze hinten weiß ist und der weiß hinten schwarz. Ja! Nein! Mr. Black ist hinten gelb. Und Mr. White ist hinten grün. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Du hast es. Und ich bin ganz nett. Vielen Dank.